Damit wären wir jetzt mal wieder in der Gegenwart angekommen Ah, was zählt? Ah, was zählt? Ah, was zählt? Ah, was zählt? Daniels Inventor Dämonenblondine Jojo Interstellare Reisende Okay Mega-Bot Feldflasche Hotdogman Weltalltaucher Krokodisc Lesezeichnen Okay Ah Zeichnungen Genau Genau Dann sind die hier Hat Christens gerettet? Bitte sei in Ordnung Ja Ich wünsche Nochmal Ich wünsche, er könnte bei uns bleiben Ich weiß Ich hoffe, du holst dich bald, alter Mann Wir sind dazu auf einen Zug Richtung Süden gesprungen Was zum Teufel Aber wir sind näher an Puerto Lobos Daniel ist kalt und hat Hunger Genauso wie ich So froh, dass er den Zug liebt Falls wir keine Flüchtigen wären Wäre das ein tolles Abenteuer Falls So läuft es nun mal Der Schnee ist weg Was bedeutet, es wird Zeit für uns zu gehen Willkommen in Kalifornien Kalifornien, willkommen Also, welcome to Kalifornien Wieder obdachlos Nicht fair für Daniel Ich hasse es Kleiner Wolf Ein paar Zeichnungen Wir haben uns endlich nach Nordkalifornien geschafft Sind vom Zug gesprungen und ewig gelaufen Aber wir haben eine kleine Stadt gefunden Ja, wir mussten Essen klauen Tut mir leid Was jetzt? Hab nach Arbeit gesucht Hab einen komischen Typen getroffen Der meinte, wir können auf einer Farm im Ort arbeiten Wenn wir keine Ausweise haben Ich weiß warum Aber wir haben keine Wahl Wenigstens haben wir eine Unterkunft Leute, auf der Farm sind cool Sie stellen keine Fragen Diese Arbeit bringt uns aber nicht nach Predator Lobos Daniel gefällt es hier Gut, dass ich alleine arbeiten gehen kann Komisch, ihn nicht ständig um mich zu haben Triff deine Wahl Viertens Ich vermisse Papas Barbecue-Rüppchen Achter Zwölfter Gartenarbeit 30 Dollar 20.12. Mobiltoiletten reinigen 25 Dollar Nie wieder 21.12. Möbel rücken 20 Dollar Bier 22.12. 22.12. Restaurantschild hochhalten 10 Dollar Scheiß drauf Atmet ein Ah Okay Er hat ein paar Dollar bekommen 30 55 75 85 Dollar Und dann war hier kurz vor Weihnachten Irre wie viele vermisste Posterhüber sind Was zum Teil stimmt mit dieser Region nicht Vermisster Erwachsener Name A Alter 45 30 Haare Augen Bitte wenn sie diese Person sehen Kim M. Rays Haar blond Eis Blue Burger an Heiligabend Erstes Weihnachten ohne Papa Isst wie ein kleines Schweinchen Burgersauce Sesamkörner Fleischsaftflecken Weihnachtsleckerei Daniels Meisterwerk Was ist denn aus mir geworden? Wir sparen Dollar für Dollar Zäune errichten Scheiße hämmern Nicht schlecht Nur öde Frohes Neues 2017 Alle Welt ist feiern Nicht wir Wieder ein paar Zeichnungen Ich muss mehr üben Ich vermisse Farbe Es war ich cool Citrus Vampir Ist nur die Farbe Orange Boah das Fakt Dude Time Kritzelzeit Was ist das hier? Sanfte Nerds gibt es auch unter Monstern Wurden von der Ranch geschmissen Und der Wichser hat mir nur die Hälfte gezahlt Was zum Teufel? Er hat gesagt Ich soll die Polizei rufen Oder mich verziehen Das Land der Freien Verdammt Wir sind sowas von weg Daniel wollte das Meer sehen Also sind wir per Anhalter nach Arcata 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 Wir haben es jetzt raus Bequeme Fahrt Bin froh Dass wir das umsonst tun konnten Und am Wasser Fühle ich mich immer besser Daniel hatte Spaß Hotspot für Hippies Viel Gras und Tanzen Hurra Wissenschaft Yay Science Würden Vampire Blutunterlaufende Augen Verputzen Wie Mini Cocktail Würstchen? Gute Frage 21. Ne 22. 1. 17 Zum Teufel was? Wir sind den Hipster Punks Vom Weihnachtsmarkt begegnet Sie arbeiten auf einer Haschfarm Schwarzarbeit Gut bezahlt Sie haben uns eingeladen Verdammt frohes neues Jahr Finn Cassidy Hannah Penny Hundi Ah Okay Na das erklärt einiges Cassidy Sie ist so cool und anders Vom Planet Ihr könnt mich alle Singt wie ein Profi Witze sind irre lustig Daniel ist sich nicht so sicher wegen ihr Aber alle lieben ihn Außer Marilyn Big Joe Das Leben besteht nicht nur aus Jux und Tollerei Meine arme schmerzen von der Arbeit Aber ich werde stark Brauche mehr Schlaf Ich glaube sie mag mich Scheiße das sieht tödlich aus Finn Der grüne Philosoph Anführer der Gruppe Weiß alles über Gras Er ist auch der liebste Kerl Den ich je getroffen habe Hat mir alles über das Zurechtschneiden Und so beigebracht Ich kann ihn nicht durchschauen Aber er ist schlau Nur Hannah kann ihm in den Hintern treten Meister der Messer Ich hänge gerne mit ihm rum Unglaublicher Sonnenuntergang Wir haben ihn uns still angesehen Und mit Schäuen geraucht Oh Mann Es macht Spaß Hannah und Penny zu zeichnen Sie sehen aus wie Anti-Fashion-Ikonen Aus Santa Fe und Detroit Ich glaube Hannah hasst mich Sie ist älter Und hält mich für einen Heuchler Penny hat eine Theorie für alles Etwas paranoid Aber er bringt mich zum Lachen Wir mussten heute das Gewächshaus aufräumen Spaß Fühlt sich gut an Jeden Tag Geld zu machen Und zu sparen Haben die neuen Arbeiter Aus Europa getroffen Anders und Ingrid Oder Ingrid Niedliches Paar Da möchte ich gleich Ins Ausland reisen Eines Tages Hatte eine lange Unterhaltung mit Jacob Er ist wie ein kleines Kind Er lebte in irgendeiner religiösen Kommune In Haven Point, Nevada Hier scheint es ihm gut zu gehen Frei Meryl, der Besitzer Big Joe, der Schläger Hatte ein paar Bier Daniel schläft Das gleiche jede Nacht Er will mehr trainieren Aber wir haben keine Zeit Und müssen uns verstecken Es ist nicht leicht 23.02.17 Hat es schon ein bisschen Gut ein bisschen Zeit Äh Ins Land gezogen Und jetzt Haben wir hier unten Mit dem Zug Und sind jetzt Auf der Portfum Im Camp Seattle Okay Gut Was haben wir hier noch Ein neues Bild Daniels Zeichnung Daniel war so begeistert Von der Zeichnung Ich liebe dieses Kind Ansonsten ist hier nichts Neues dabei Alright So Was haben wir hier Daniels Uhr Die Tasche Okay Das haben wir ja gerade eben Schon gesehen Da ist ja nichts Nix Neues dabei Daniel Daniel Keeps reading Again and again I told him not to count on her He won't listen Mama Papa Ich habe die Neuigkeiten Aus Seattle gehört Ich bin untrüstlich Ich habe keine Ahnung Was vor sich geht Aber ich weiß Dass Sean und Daniel Unschuldig sind Ihr seid die einzige Familie Die sie noch haben Also bitte helft Meine Jungs Falls sie zu euch kommen Ihr könnt mich unter Dieser Adresse erreichen Es ist ein Schließfach Das ich manchmal benutze Ich weiß Ihr schuldet mir nichts Aber ich flehe euch an Bitte helft meinen Söhnen Wenn ihr könnt Okay Ich glaube schon Dass wir Die Mutter noch irgendwann treffen 1421 Dollar Okay Noch mehr Zeichnungen Rasierklingel Mhm Hat auch ein paar Kratze im Gesicht Aber wer weiß Ob das vom Rasieren Oder vom Arbeiten kommt So Ich glaube wir haben alles gesehen Dann gehen wir raus Hey Bad Head Hat einen guten Schlaf? Oh Hi Ja Ich habe Vielen Dank Okay Ich habe besser Die Schlauhe Bevor sie all das Wasser Sehr gut Ich sehe dich Ja Hannah hasst ihn Bestimmt Und die läuft Auf einer Nackt durchs Camp Okay Titten Okay Ich habe Fynns Zelt. St. Diego, 18. Oktober, 16. Ich wollte immer mehr vom Land sehen oder sogar von der Welt, doch ich bin einen anderen Weg gegangen, wie du schon weißt. Ich weiß, wir haben schon darüber geredet, aber nach 20 Jahren als Gefängniswärter habe ich zu viele Kinder gesehen, die ins und aus dem System geworfen wurden. Es kümmert uns nicht, wohin es für sie geht, wenn sie ihre Zeit abgesessen haben, doch gerade dann sollte es uns am meisten kümmern. Wir kamen bei unserem ersten Treffen nicht miteinander aus, wie du sicher weißt. Tut mir noch leid. Aber ich wusste, dass ich beweisen musste, dass ich dir helfen will, bevor du mir vertraust. Ich war mir nicht sicher, dass das passieren würde. Lach nicht, aber ich liebe es, wenn du mir das Gegenteil beweist und du hast das getan. Und du hast mir eine andere Seite deines Schmerzes und deiner Wut gezeigt, dass du Lernen und anderen, die allein in dieser Welt und ohne Freunde oder Unterstützung sind, helfen wolltest. Ich bin froh, dass du eine Gruppe gefunden hast, der du vertraust und mit der du reisen kannst. Ich mache mir immer noch Sorgen wegen der Züge und allem, aber das weißt du ja. Ich hoffe, dass du einen Ort findest, an dem du dich niederlassen und den du zu Hause nennen kannst. Ich weiß, das wirst du. Die Welt ist etwas schwieriger als damals, als ich in deinem Alter war. Doch jede Generation hat ihre eigenen beschissenen Hürden zu bewältigen. Ich bin stolz, dass du lebst, was du predigst. Ich hoffe, du bist in Sicherheit und frei, wenn dich dieser Brief erreicht. Ich kann es kaum erwarten, von deinem nächsten Abenteuer zu hören. Lass diesen alten Wörtern nicht zu lange warten. Ich brauche Inspiration. Dein Freund, Karim. Ich kann es nicht mehr auf den Weg finden, ohne die Schleuchzeuge. Finn hat mir ein bisschen mehr über die Schleuchzeuge gesagt. Der Schleuch ist wie seine Bibel. Es ist wunderschön, ihn zu sehen. Finn hat so... ... innoziert. Nein. Ich dachte, ich mag Weed, aber dieser Mann ist auf ein ganz anderes Level. Ich habe immer ihn in der Nacht gesehen. Hat er Fliegen. Love the Flies. Gibt es hier hinten noch was? Ich glaube nicht, oder? Cassidy's Zelt. That girl is even more of a sleepy head than I am. Gotta have backup signs. Will lead for food. Ich finde es so gut. Ah hey, die Katz ist jetzt neben mir. Oh, zeichnen. Oh, zeichnen. Okay. Got it. I've looked enough. Time to draw now. Die Bäume. Das wollen wir auf jeden Fall. Time to take the pen, dude. Okay. Got it. I didn't memorize what I'm drawing. I need to take a look. I've looked enough. Time to draw now. Geil. 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 Ich frage mich, ob die anderen hier alle wissen, was mit Daniel und Sean los ist. Also nicht unbedingt, dass Daniel Kräfte hat, aber was eben passiert ist mit ihnen in Seattle. Toiletten. 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 I haven't seen it yet. Living large and humble. I'll get him up before a big joe gets here. Good. I want you to start the day with that asshole. We went swimming there a couple of times. Fucking cold. Put fucking Austin. Stromgenerator. I would have killed for something like this back in that freezing house in Oregon. These trees are just so gorgeous. You must have coffee. I'm not quite sure who Penny is. He's so out there. Okay. Hannah is so private about her life. Plus she probably hates my guts. But for that she was actually quite normal with us before. What's the date today? These guys have top gear. I wish I did. I think it's now March. I wish it rained more. I wish it was even later. Nice to get fresh free water. My turn. Gotta stock up the shower and kitchen later tonight. I wish I could send her a cool gift. Jake's stuff is always so tidy and neat. Just like him. What's up Jake? What's up Jake? Hey Sean. Not much. What do you got going on there? This is a birthday card for my little sister. Don't laugh. That's cute. How old is she? She's nine years old now. Like Daniel. Do you miss her? I probably miss her the most. I'm kinda jealous you get to hang out with your brother all the time. But I bet it's hard to be his brother and father figure. It's my job. I miss it alone to be Daniel. That's my job now. Full-time Daniel Wrangler. He's really lucky to have you. Hey since you're such a pro big bro. What's a good way to end this letter? Goodbye sounds a bit lame. Right? Thinking of you? I do think a lot about her. I'm sure she does too. I don't know. I'm afraid Sarah's a bit mad at me for leaving her. Anyway, thanks for your help Sean. I gotta finish this before I get ready for work. Don't wanna be late or Big Joe will eat me for lunch. You and me both. See you later Jake. Sean, thanks again man. And no problem. So, den Stromgenerator haben wir gesehen. Mülltüten. Weird we didn't see any bears. With all that trash lying around. Ja, verschrei's nicht. Der Hund ist schon wieder hier am rum... liegen. So many missing persons around here. Creepy. Aufgabenübersicht. Aufgaben im Camp. Eimer reinigen. Abwasch. Lebensmitteleinkauf. Wassertanks auffüllen. Generator auftanken. Tu deinen verfluchten Teil. Eimer reinigen. Da hinten. Coffee time Sean. Grab some and sit your ass down. What? You hear that? I heard nothing Penny. Maybe it was the coffee brewing. Never mind. You can't hear. Only me. I don't understand. Why? How you miss all those insects? How the fuck? The swarm is coming. You mean bugs? I haven't seen many flying bugs. Not in the winter at least. Sean. Sean. Narcs, stealth drones. All that shit. Wake up boy. Look up. You... Saw them? When? How? Because Vision and Sean... Sie sehen uns jetzt. Das wäre für mich und Ander zu verlieren. Der Geld ist gut für uns, um zu gehen. Gleiche hier. Plus, das war ein Städte-Gig. Ich möchte noch nicht auf die Straße gehen. Daniel will auch nicht. Der Puss ist auf den Narck Show. Meryl takes care of his Peeps. Ja, er ist ein großer Dick. Aber fair. Er muss uns immer wieder arbeiten. Einige uns brauchen diesen Job. Nicht die Touristen hier. Die Kuss-Gig. Aber nicht wenn sie legalisieren. Dann kann man legalisieren. Oder? Nicht wenn die Regierung in. Dann die Pigs. Pill-Pushers. All bad. Es ist legal in Washington. Und es funktioniert gut. Es wird alles gut sein. Es wird überall legalisieren. Soon, aber... Legal, aber kontrolliert. Bei wer? Die B******s die gegen die Regierung. Yay, Frieda! Ich weiß nicht. Dinge müssen sich ändern. Was für Flaschen? Was für Flaschen? Wir haben hier... Wir haben hier... Alles geht in die Plänen. Woher? Sweden. Malmö. Du hörst nicht davon. Die meisten von ihnen sind in fancy hippie Essen. Und fast Flut-Junk. Ja. Ich arbeite seit drei Jahren in einer Koffeeshop. Um die Reise zu bezahlen. Okay. Wir sollen also Richtung See laufen. Allerdings muss sich diese kleine Aufnahmesession jetzt schon beenden. Ich habe nämlich gleich noch was zu tun und muss jetzt leider los. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr ein kleines Like da lasst für dieses Video und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Oder schreibt einen Kommentar. Oder abonniert den Kanal. Oder macht am besten alles zusammen. Und vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Beim nächsten Mal geht es an dieser Stelle weiter. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.